Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Spüren wollt ihr das vielleicht musst du erst mal das Schaufen machen, dann baue ich gleich mal das Falle auf und dann fahr mal während du Wurzelfarmst noch Dingsnuss noch was? noch hier ist ja noch fliehend sag mal deine Koinarten Luca ach so was, ja, ich, ja, ja der Minus 245 und auf der Z-Achse 1900 ach du Kacke, du bist ja wirklich Kilometer weg hab ich doch gesagt, aber mir hört ja keiner zu wenn ihr so misglaubt spüren wir uns nicht das dachte ich nicht Luca macht Urlaub und wir machen hier die harte Arbeit, Spaß ja vor allem, wahrscheinlich geht auch noch die ganze Zeit in die falsche Richtung ne ich kann Koordinat spielen trinkt nicht Spaß ich bin noch nie ertrinkt ich bin schon mega aufgefallen ihr habt den Best Mate auf der Welt, ich schwöre Kappa ja, trinkt ja mein Koin ich merke schon Slint! 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 ja, das ist jetzt nix besonderes oh Gott, wie ist es aufheben, ich ertrinkt oh oh dieser Junge da ist ja wir müssen ja wie freuen sie über die Manchen älte ich über das Ding ja, da wurde ich entscheidend jetzt ein bisschen mal in Bögen aber ich mache mal Bögen und dann scheint die besser gesagt ich renne weiter ich hab ja Level soweit bräuchte ich nicht mehr Tick 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 Fischereien wenn ich das mal abweist wow sehr schön man merkt schon das Niveau ich mach Fake Nachrichten gleich in Discord soll ich Fake Nachrichten machen? kann sein los ich mach jetzt Power 4 aber ich hab keinen Amboss Spion, komm her du hast den Amboss, oder? warte, ich muss Fake Nachrichten machen oh Gott oh, ist immer gestorben ich hab immer gestorben Spion, du hast den Amboss du hast den Amboss hast du ein hast du ein ja oder nein ich bin nur die Frage bei dir ja, alles fast kaputt aber ja gut, dann wo bist du? ich bin oben äh, oben nä fast äh gut, dann rühre ich mir schnell die Numbers wo ist denn jetzt so wo ist denn jetzt so kannst du da jemand zu euch umdrehen? wen kannst du umdrehen? AHHHHH es ist zuhause hehehe 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 ich bin uns Mutter nein Spion ungefähr Spion Spion es will nicht es will, dass Spion mir hilft es will, dass Spion mir hilft ach, Spion geil Spion ich bin am Start bin noch reingefallen ne, jetzt muss ich was nehmen aber jetzt muss er wirklich anlesen von den ganzen von den ganzen ich weiß, was ich lenken muss und leck und leck an sich könnte man beim verteilen ne richtig geile Fall platzieren aber egal darf man ja nicht ich kauf mit dem Boot ah jetzt erst das ist jetzt wird es euch weg machen dieika gericht man sieht das Spion die Nachricht geschrieben hat ja das ist ich lasse ihn einfach in seinem Glauben damit er sich über irgendwas freuen kann okay ich bin jetzt wieder im Youtube Leute alles wieder gut es ist zuhause Zuhause war er da, ja und ich bin nicht zuhause, ja. Das war's mit dem Anmarsk? Er schreibt xd. Ja, das ist auch vielleicht... ...hörtlich. Ja. So würde es... ...umstehen weg... ...ich tot wäre. Ah. Sehr lustig. Ja, glaub ich auch. Warte, ich hab ne Idee, wie ich das noch besser faken kann. Ich mach hier mal weiter unsere Tränkebaurei. Ich stimme bei, du wirst mehr. Eine Nordseeküchte am Norddeutschen Luca. Mhm. Freut er sich doll. Seid ihr einfach durch die... Schreibt er einfach Schreibspiel und ist gestorben. Oh fuck. Zeigen gar nicht Schmien nachrichten, ey. Spion. Arbeite. Ey, was, 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 äh. Hilfe, ich darf... Oh, gut. Endlich. Da ist die Küste. Ja, ich hab's gleich geschlafen. Da musst du jetzt voran sein. Ey, wo, 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 wo? Spion. Dann arbeite. Ich muss kein Bauder, ich muss kein Bauder. Ja, da ist es, da ist es voran. Wo bist du, wo bist du? Bist du bei mir, oder wie? Der hier nervt. Klaus ist total. Schnell, komm. Kann man den irgendwie umtauschen? Hehehehe. Leck ich mal das Geld zurück. Bei Ikea. Bei Ikea. Sagen meine Eltern auch, oder? Ich würd den gerne zurückgeben. Der ist kaputt. Ja, das... Ich hab mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld zurück. Herr, wo bist du? Krieg dich doch mal ein. Luka. Ich hab das gerade. Ich bin jetzt wieder da. Mein Gott, halt doch einfach die Klappen. Ey. Ah, da bist du. Geh mit deinen Kopf. Oh mein Gott, ey. Merfst. Anstatt der Skamper oder der Kiste in dem Boden noch 17 Minuten. Nein. Hast du das Skamper oder der Kiste? Warum ist eine? Das andere. So. Hi. So, gib mir mal Zuckerrohr, Leder und Spinnenaugen. Leder hab ich nicht. Spinnenauge. Hier. Alter, wir sind hier in der richtigen Tränkefabrik. Dafür war ich jetzt also die ganze Zeit weg. Und dann kommt Spion. Oh, Alter. Oh, haha. Achja. Pack die Tränke rein. Da ist ein Schnurrlige drin drin. Schnurrlig. Äh gut, ich mach ähm. Schnurrlig. Schnurrlig. Ja. Schnell. Ich mach weiter Fischerregale. Wir sehen uns. Ähm. Ahja. Ich bräuchte noch Heul. Hat noch jemand was für mich? Ich hab vier jetzt gesehen. Ja, ich hab vier. Ja, gell. Du mal Luca, die gibt's vier. Ja. Das waren drei. Und die von einer anderen hat's kostet. Jetzt mach ich kurz überlegen. Das pack ich jetzt mal wieder rein, weil das unrein ist. Ne, ähm. Dann machen wir uns hier Bücher. Eins. Leichter. Wie machst du die Crafting-Tables? Wie macht der Junge sich Crafting-Tables? Ja. Ich... 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 Ich brauche meine Falle weg. Ich brauche das. Ich brauche das. Geh weg. Ähm. Nein. Nein, ich hab nichts zu tun. Lass mich. Luca. Nein. 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 Du hast ein Bücher. Nein, Luca. Nein. Doch. Nein. Doch. Verbrennend Lava. Aber wir bräuchten einen Zucker... Wir bräuchten drei Zucker. Schau mal hinter dich. Schau mal hinter dich, Luca. Ich platziere da jetzt Lava. Die machen sich mega. Jo, mach jetzt deine Arbeit. Willst du euch wirklich? Ne. Spüren, du hast was zu tun. Ey, der möchte dort ein Bett platzieren. Spüren, geh weg jetzt. Junge, der möchte aber ein Bett platzieren. Sie jetzt weg. Wir können schon auf Level 24 enchanten. Können wir den Mate wechseln bitte? Wir waren... Wir waren... Wir waren viel produktiver als er nicht da war. Ja. Da bleibt er drin. So kommt, jetzt arbeitet mal. Mal, ich will doch nur Kampfer oder? Gib mir Kampfer oder? Ich hab gar nichts. Das ist doch Kampfer oder? Hast du doch gerade gesagt? Ich hab meins in die Idee gelegt und das ist jetzt weg. Aua, super. So, Luca? Ich hab ne Aufgabe für dich. Ja. Okay, jetzt kommst. Wir rennen wieder auf dem Weg weg. Nee. Wie meins. Ähm... Ich hab leider nur einen Eimer. Hier jetzt hab ich... Hier jetzt zwei Eimer. Und dann holen wir mal drei Wassereimer. Ja, koch auf dir nur einen. Hier liegt nur ein Eimer drin. Hier liegt nur ein Eimer drin. Hier liegt nur ein Eimer drin. Ja, ja. Ja, deswegen. Und jetzt wieder kommt es zwei Gaps mehr. Ich hab viel zu viel Essen. Ich hab ja auch schon drei Heal Potions genommen. Ich hab ja auch schon drei Heal Potions genommen. Denkst du? Spür und mach jetzt deine Aufgaben. Ich hab keine. Ja, mach doch die Potions, weil die brauchen wir noch gar nicht. Die sind immer Remissarverträger. Ähm... Luca? Hm? Du hast gerade Wetten, die du spürst. Ja. Hast du jetzt die Heal Potions wieder reingetan? Hat er wirklich ein Wetter in die Luft gejagt? Ja, hat er. Boah, du könntest voll die Diverrutsch. Aber auch ein Portal. Ja. Er wird jetzt kaputt gegangen, wären wir nicht mehr rausgekommen. Ja. Passiert. Passiert. So ein Anti-Made. Wiss ich nicht. So, Spiel, hast du jetzt die Eimer? Ja. Bruder, bau zu. Ich bau zu. Warte, ich brauch zwei Flint. Digga. Farben die welche? Hier ist kein Smentenloch. Da ist ausgerechnet zwei Flint drin. Die brauchen noch eine Flinte. Ja, das ist meine. Die hab ich gerade nicht farben. Wie macht man nochmal ein fermentiertes Spinnenauge? Ja, weiß ich nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ey, du meinst... Du sagst. Ich bräuchte einen Pilz und einen Zuckerpilz. Ab jetzt. Achso, warte, ich hab selber das Gefühl. Das sagst du jetzt? Ich war gerade in einem Biomostika-Bzehnchen. Ich brauch braun Pilz und Zucker. Ach, ich brauch meinen. Egal. Dann lassen wir das und ich mach nochmal eine Melone. Wie heißt diese eine Dropper? Dieses jemand Krim Chapel und das... Ich brauch noch ein Beispiel wenn der laber rein geht. Laber? Sie müssen die Spinsen. Das hätte dich jetzt auch gesagt. Das ist ein sehr... Sie haben so einen Verhältnis. Das ist ein Penzor hier. Schattenbeutelungen. Dann könnte man nicht weiter sein, glaube ich. Ja, das könnte ein Bett sein. Ich könnte ein Projekt... Die Tile Protection 4 auf Heim einscheinend, aber ist halt irgendwie nicht. Wollte ich den 3 auf die Hose kriegen. Ja dann mach. Ja ja, entspannen. Wo ist ein Daphis? Wo ist ein Daphis? Ah, da ist Daphis. Ja. Also Braunpilz und Zucker. Mit Unbreaking Freion. Was machen wir in der nächsten Folge? Geben wir unter Erde und fahren die letzten Dias. Das soll die ausführen können wir. Ja. Halt zwei Gobbel. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Nee. Angeschlossen ja. Und die Zählung ist drauf. Ah. Ja, okay. Muskel zu gelassen. Spenser. Okay, gut. Ich hab nicht den perfekten Weg. Ja, Spion baut die Falle. Wir gehen unter Unterstand. Ja. Okay, die Falle ist verrückt. Luca wurde mein Wassereimer. Habe ich schon unter. Ja. Aber ich wollte 3. Es sind 3. Ansonsten wollte ich die Führung einkastiert. Dann kann ich auch nicht so viel. Schau ich bei ihm. Hey, warum? Bei mir? Hä? Was hab ich gemacht? Du warst der einzige Affair, aber du kannst den... Ja, ich hab keinen Wassereimer, wenn ich hab meine 3 gebraucht. Ja. Ja. Das muss ich sehr feststellen. Ja, das muss ich sehr feststellen. Ich hab einen Buben entschauen. Ich hab einen Buben entschauen. Okay, ähm... Verstanden hab ich jetzt zwar nicht, aber... Du kannst jetzt deinen Buben entschauen. Ja, mach ich schon. Ich hab ja schon einen. Hop, 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 hop. Ach man, ich hab ich mit dem Level gespielt. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier mache, aber... Ich spür mal schon wieder scheiße. Ich wusste es doch. Ja, ne, dann. Ja, sorry. Let's go. Ich bin jetzt wieder viel mehr unter Level. 8 Sekunden. Achja, gut. Ich muss eigentlich noch nicht Level untersuchen. Ja, ich weiß, dass er aber nicht mehr reinkommt. Ja. Ach, du sollst hier stehen. Okay. Ich bin gekickt. Ich auch. Ich auch. Genau, das war's von der vorhersten Lektion. Schau, bis zum nächsten Mal.